Ja, verkaufen den Rest, den ganzen Kack, den ich hier noch an, das ich hier noch verkaufen kann, Seidenschal, Gesamten, nee, brauche ich nicht, 50, Elixier kann auch weg, Macho Band, Beleberbräuner, Schattenglas wohl auch noch, Verstärkung, Unlichtattacken, kann auch Dings kriegen, eigentlich, heb die KP eines Rupen, Jupp, so, nein, er fleht mich ja gerade so an, dass ich wiederkommen soll, Mann, hau doch nicht mehr ab, so, und wenn Neko entwickeln soll oder nicht, müssen wir nur diesen Rumpstein einsetzen, aber es ist eine schwere Entscheidung, Ich glaube, wäre es viel stärker, aber es würde auch anders aussehen, Tja, Metronom, Nö, muss ich nicht mehr, Oh, nee, sein, Ich habe ein Nugget gefunden, das werde ich wohl verkaufen, was soll ich sonst damit machen, Kannst du es mir auch schenken, das wäre sehr schön, wäre sehr sozial, einfach, Oh Leute, Ich brauche nicht dein Ernst sein, Aber jetzt müsste ich das ja, jetzt müsste ich es ja eigentlich hinkriegen, Geht doch, Bringt aber nicht so viel, Tjens Doppelteam, Oh, eigentlich nicht, Das, Ja genau, kaum gehe ich rein, habe ich da, Ist doch behindert, Mann, Ist doch behindert, ohne Ende, Oh, Aus der Asche erhebe ich mich, KIA, Herausfordernd tue ich dich, KIA, Alter, was geht mit dir, Mädchen, Was geht mit dir, ey? Geh mal zum Arzt, Blödes Gür, Das ist ein Junge? Alter, Das sah erst aus wie ein Mädchen, Was geht? Was mobbern? Volltreffer, Super, 400, Das ist schon mal sehr gut, Nein, Welch nicht, Gutes Training, Äh, Super, Super, 3 Smovons, Ist das dein Ernst? Hm, sieht aber nicht mehr ganz so gut aus. Muss man aufpassen. Ja, das ist das Behindertste, was er hätte machen können. Alter, du blödes Dreckskind, ey. Dennoch ein Pokémeneth. Noch mehr ärgern kannst du mich gar nicht. Ist ja unfassbar. Das ist noch unfassbarer! Flucht flüchten kann man nicht. Alter, ist das doch nicht wahr. Das Kaumaut muss ja auch erbärmlich vorkommen. Ist auch wieder schon gesiegt, oder? Ist doch unfassbar. Am Markt war ich schon. Geh aus dem Weg. Haus des Attacken-Helfers. Neue Attacken für deine Bukumon. Da brauchst du eine Herzschuppe. Hab ich ja verkauft. Ein Angler. Boah. Obwohl. Nö. Der muss trainieren. Den muss ich noch trainieren auf jeden Fall. Ein bisschen. Wieso hältst du deine Angeln überhaupt an deinen Eiern? Vibriert das so schön, oder? Ich will es gar nicht wissen. Schmerbe? Was? Alter, was ist das denn für Vieh? Binerie! Lusser. Ich will es fliegen! Schwer ich dir eine an die Erektorat. An die Feuer! Hahaha! Das bringt dir nichts, wenn ich Fockwelle einsetze. Hahaha. was warum blödes vieh es ist unfassbar sehr effektiv dankeschön kann ich den miss wieder ins wogum und center ich könnte kotz davon mache ich jetzt alle blödes direkst stirb und zwar qualvoll wir sehen uns in der höhe trotzdem 124 amadeus 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 händler gewesen alter ist unfassbar meine fresse das war kampfkampfkampfkampf naja gehen wir später mal rein hier kannst du nur brüller lernen alles was mein pokémon von sich gibt ist brüller niemand wagt sich nah an hier ran boah war ich doch eben hab mal angequatscht seufz wenn du magst dann nimm mir diese bürde äh diese tm ab dein pfiffchen kann mir auch mal ein blasen warte mal das kann aber gut blasen das hüffchen ich lass es ich mach nur so ne scheiße es ist unfassbar komm ich hier rum ja aber erst wenn ich aber erst mal kämpfen oh hallo ich möchte kämpfen bitte einmal kämpfen zu mitnehmen haaa 1 uhr 1 schon wieder alter ist ja unfassbar naja ich will doch bald noch mal eine pause machen aber auch schon wieder ein bisschen auch schon wieder lang untererfühlen komm mal um beppo ach scheiße das ist feuer und pflanze ist immer ich könnte ja protzen beppo kann mal aber winterli bringt ja nichts ach nichts wieder der fisch hat auch intensität oder blöde ffff gibst du uns nein bin ich blöd ich bin doch bescheuert ganz ehrlich achso na jetzt geht das hinzu jetzt geht das wieder höhöhöh das ist schon mal super wollte ich zwar nicht aber warte 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 Wieso war das nicht niedlich? Guck mal, in meiner Hose... Ne, es ist falsch. Das wäre ja nicht niedlich, das wäre ja groß. Nein. Naja, da will ich nicht drauf weiter drauf eingehen. Ist ja noch was? Ja, dann werde ich nochmal ins Pokémon Center eilen. Die Brücke überqueren. Die Trainer da noch machen, eventuell. Ich werde mir mal ganz kurz was zu Futtern machen. Oder aussetzen. Oder, keine Ahnung. Naja. Bisschen, Leute! So, dann bin ich wieder. Weiter geht's. So, was haben wir denn da? Achso, du bist jetzt so verrückt, ja. Hat die schon geheilt? Ja, ne? Gut. Das ist doch schon mal ein Angler. Nur, ich will kann mal auch trainieren. Wenn wir angeln wären, hättest du nicht den Hauch einer Chance gegen mich. Also, dann zeig mir deine Pokémon. Ja, dann mache ich meine Hose auf, dann zeige ich mir dann mal mein Pokémon. Wirst du, das ist... Ich habe nicht ein Garados in der Hose. Wollte ich nicht weiter... Wollte ich eigentlich nicht weiter drauf eingehen? War mir nicht so... Oh, ein Garados. Ist das dein Ernst? Das mache ich sogar mit einem Feuer-Pokémon fertig, Alter. Ganz ehrlich. Obwohl, der kann auch Tackle, ne? Ab Level 16... Äh, Level 15 kann ein Garados auch Tackle. Ja, ist nicht so effektiv. Hm, gebratenen Fisch. Hm, lecker! Gebratener Fisch. Fischstäbchen. Hm. Ja, denn Kapadorstäbchen einfach. Hm, lecker! Schmerbe. Ich werde es gleich wechseln. Noch zu wackeln. Ich wackel auch gleich. So. Was ist... Effektiv? Ah, effektiv wäre... Winterli eigentlich nicht, aber... Hä? Nichts... Nichts zu tun. Nichts zu tun. Lass machen. Ich nehme gar kein Feuer mehr. Brust kann das, was er mal machen. Blödes Rex. Äh, ich meine... Du schönes... Fisch-Teil. Gedöns. Genau. Stirn. Na, kommst du noch mit dem Kapador? Na, na, na? Ach, ein Goldini. Na ja, gut. Ah, kann ich Winterli noch trainieren. Anselm. Alter, wer nennt sein Kind Anselm? Die müssen die Kinder ja auch gehasst haben. Wer sein Kind Anselm nennt. Alter. Ist ja umfassbar. Geht ja gar nicht. Angler Anselm. Ernst ehrlich. Beschwer dich mal bei deiner Mutter wegen den Namen, Alter. Was soll ich? Ist ja umfassbar. Schön jungen, doch. Nach dem Essen muss ich Sport treiben. Also lass uns kämpfen. Boah. Das sein muss. Weiß ich, jetzt mobben die nämlich mit dem Essen. Jetzt, wo ich schon wieder Hunger habe, ey. Ist ja umfassbar sogar. Ja, mit nem Fußball. Die schickt nem Fußball nach draußen. Ne, ist ja umfassbar. Zack. Bam. Lombrero. Ja, da wär Kamau wieder gut. Kannst gleich wieder, kannst gleich wiederkommen. Höhöhöhöhöhöh. Ah, das macht so'n schönes... Macht ja so'n schönen Kampf aus, wenn man... Ja, seine Pokémon wechseln kann, die effektiv sind und so. Finde ich schon super. Angriff senken. Ist... Ist nicht effektiv. Warum? Ist doch Pflanze oder nicht? Versteh ich nicht. Ist auch wurscht. Besiegt, ist es so oder so. 543. Oh, fast ein Level 22. Verdammt. Hast denn hier noch ein Pokémon? Kannst du nie mit dem Gegenkamau kämpfen, krieg ich noch einfach Ausdruck. Wär super. Naja. Ist hier noch irgendwas? Ein Beleber. Das hab ich rein instinktiv gemacht. Ich... Oh. Da ist ja nicht umsonst ein Freiraum. Tyra. Die eine heißt Tyra und die andere heißt Nei. Tyra, Nei. Hahaha. Hahaha. Oh, ich bin schon... Oh, ich bin müde, ey. Alter. Na gut. 1 Uhr... 1 Uhr nachts ist es schon... Normal, dass man müde wird. Oh, die sind beide effektiv. Super. Das... Klappt ja wie ein Schnürchen hier. Zack. BAM. Yay. 22. Ist das dein Ernst? Du musst den Falschen paralysiert. Wollte ich mal anmerken. Wieso machst du immer bei dem Falschen, Alter? Das bringt bei denen... Oh, 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 oh. So was hab ich schon gern, gell? So was hab ich schon gern, gell? Was soll's. Was soll's? Supertränke hab ich. Bitteschön. Einfach nen Trank hab ich noch. Bitteschön. Na gut, neun Punkte, neun Punkte, ich mein. Na gut. Voll die Tag sagen, hallo. Die Bärenmühle. Eine Nierbeere. Eine Nierenbeere quasi. Hier ist nix. Na gut. Was ist das eigentlich? Lanets Haus. Lan.net. Das würde hinkommen bei den ganzen PCs, die hier rumstehen. Oh, ein Pokeball. Ich will den Pokeball. Boah, das ist egal. Eine E-Mail von jemandem auf dem PC. Ach, Bill. Bill Clinton hat geschrieben. Naja. So, ich muss mal was drücken. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Tag. Campen macht Spaß. Du kannst angeln, Würstchen braten und andere mit Urgeschichten zu Tode erschrecken. Kann ich mal dein Würstchen auf dem Grill braten? Ach ja, ich hab ja Feuer-Pokémon. Der kann ja dein Würstchen braten. Ahahaha. Aber das Beste sind die Poke und Kämpfe. Komm, lass dein Würstchen braten. Ich will so gern dein Würstchen braten. Schöne Bratwurst essen. Na gut, aber nicht diese Bratwurst. Die will ich nicht. Siehst du, er macht schon die Beine breit, dass ich sein Würstchen braten kann einfach. Hm. Schön auf den Grill legen. Und das, was bringt, weiß ja nicht. Na gut, geht. Blanas. Das ist ja nicht effektiv. Na, ich würd's versuchen. Ich würd's versuchen. Ach, jetzt wirkt es doch auch... Jetzt ist das... Jetzt auf einmal ist das effektiv. Warum? Oder hab ich... Oder hab ich den Ambro-Gemot verwechselt gerade? Äh... Ich weiß das nicht. Naja, egal. Das war etwas zu schwer für mich. Ja, ich hab dein Würstchen gebraten. Hm. Schmeckt... Schmeckt sicher einen anderen gut. Ich hab ne Idee. Ich nehm mir jetzt dein gebratenes Würstchen. Ähm, steck mir das in die Tasche. Auch wenn sie's eklig anhört. Dann geh ich zu dem nächsten Trainer und biet ihnen das zu essen an. Das ist auch mal ne gute Idee. Ich bin auch gar nicht ekelhaft oder so. Huff, 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 huff. Komm, tritt gegen meine Pokémon an. Hier, ähm... Kannst du mal ein bisschen... Ich hab dir ein Würstchen, ähm, gebraten. Ich will's erst mal essen. Ist ja lecker. Na gut, ich esse es mal. Warum? Das wird echt gut. Oh. Aber das hat ja Bock. Los, komm mal auf. Das hat doch Typ Stahl, aber das ist ja unendlich... ist ja nicht... effektiv. Ist ja ja... Ach, nicht so schlimm. Brauch nicht effektiv sein. Blut! Stirb! 300.000 CGP! Yay! 1123! Hiroshima! Hiroshima! Boah! Was war denn in der... Boah, sag mal, was war denn in der Wurst drin? Ja, ich hab den... Ähm... Ich hab den Penis eines anderen... Eines anderen Trainers gebraten mit meinem Kamau. Und hab's dir zu essen gegeben. Hat auch gut geschmeckt, oder nicht? Boah, ich muss kotzen! Boah, ich muss weg! Boah, vergiss nicht, was ich dir an... Was du mir angetan hast! Haha! Das passt ja, 100 Pro! Carbon! Das ist ja super! Jupp! Zack! Oh! Schon wieder ein kleiner Stein! Oh, Level 13! Wie blöd! Blut! Und... Es war voll uneffektiv! Aber... Zockt ihm die Hälfte ab! Tschüss! Wir sehen uns in der Hölle! So! 159 EP! Achso, ich wollte da mal... Haaa... Protein! So... Machen wir da nichts... Tag, Kollege! Was geht? Wenn du dein Lagerfeuer entzündest, musst... Du immer Wasser in der Nähe... Musst immer Wasser in der Nähe sein! Boah... Ist schon... Joah... Ist logisch! Hitzkopf Hasso! Ah, da hatte ich deine Mund... Hatte ich deine Mutter nach dem Hund benannt? Oder was? Hasso! Hasso! Fass! Weißt du? Alter! Was geht? Na gut, jetzt... Feuer gegen Feuer ist auch bösen... Aber na... Kann man ja mal... Weckut trainieren... Aquaknow! Erstmal Schneck, mal gewaschen! So! Jetzt muss es gewaschen ist... Verschwindet's auch! Einen Winkel! Japp! Winterli! Du bist dran! Alter, wie kann man sein Kind Hasso nennen, ey? Ganz ehrlich! So heißt es bei mir nur ein Hund, ey! Ganz ehrlich! Ist so ein Hundenname? Oh Gott! Nein! Schwelle! Stehen! Jetzt kommt Hasso! Ich hab die Hasso... Ich hab die F-Hassung verloren! Hahaha! Gut, du hast mein Feuer gelöscht! Trip! Warum brennen deine Fackeln denn immer noch? Wenn ich denn Feuer gelöscht habe?! Wieg ich mir noch nie an, Alter! Kommt da eh alles raus... Wie blöd... Du hast doch ein Kampfgeist! Och nööööööh!! Schon wieder... Och Leute, es kann doch nicht wahr sein! Wie blöd ist denn das bitte? So, hier machen wir das nächste Mal weiter. Hier werde ich mal speichern. Hier geht es das nächste Mal weiter, wenn es der Eist Let's Play Pokémon Smart. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr euch da hochgeben oder kommentieren. Je nachdem. Abo wäre auch schön. Ich werde mich halt mal verabschieden und was futtern. Bis dann Leute. Tschüss.